Auf geht's ins dritte Spiel, dritte. Torwartwechsel bei unseren Gästen aus Hamburg. Das Eis verlässt die Nummer 80 Fabio Alonso Lange. Jetzt im Tor die Nummer 30 Jonte Flügge. 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 42. Spielminute Strafe für unsere Gäste aus Hamburg. Es trifft die Nummer 14, Marcel Schlode, zwei Strafminuten wegen Haken. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Torschütze trägt die 91. Lügen! 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 Wir haben einen neuen Spielstand. Harz auf Elken! Und Hamburg? Danke! Weinen! 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 Wir haben eine Flanze. Wir haben eine Flanze przed revolves deles. Wir haben eine Flanze. Weinen! Wir haben eine Flanze. Und das sind sie. Applaus Das war's. 45. Spielminute. Tor für die Harzer. Der Torschütze trägt die 77. Dennis. 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 Wir haben einen neuen Spielstand. Harzer, Volken. Und Hamburg. Danke. Das war's. 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 Das war's für heute. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. 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 So, endet die heutige Partie und ihr helft mir beim Endstand. Harster Wolken! Meinundert! Und Hamburg! Danke! 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 Die WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR